Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. So, gestern haben wir vielleicht ein wenig viel gekocht in der Folge. Das ist gut und wichtig. Ja, wir brauchen noch zwei Kühlschränke. Ja, definitiv. So, platzierbar, Möbel, Küche. Wobei, war auch ein Vorschlag. Wir machen hier oben eine kleine Küche. Jetzt habe ich mir gedacht, wir stellen hier gleich zwei Kühlschränke, die können wir dann später übersiedeln. Aber ehrlich, wenn die mal da stehen, werden wir die nie wieder übersiedeln. Oh ja, ist so. So, Kiste ist leer. Bam. Was haben wir da? Ah ja. Alles gut. Ist das voll? Ist das toll? Ja, es ist voll und toll. So, was ich noch machen wollte, über das Fahrzeug springen. Wunderbar. Unser Plan geht ja herrlich auf. So. Wunderbar. So. Dann schmeißen wir hier mal rein. Sind wir schon fertig? Noch nicht ganz gut. Und Brädchen nach oben. Wir nehmen da natürlich alles mit. Also so viel wir tragen können am Brädchen. So. Aber ich könnte nochmal umstellen, dass er sich wieder um Kürzer kümmert. Also wir machen jetzt mal den, weil, dann können wir da nämlich zumachen. So. Decke. Nein. Ja. Hier. Mhm. 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 Und dann eins, zwei, wobei, eins, zwei, hier und hier. Und da bin ich schon am überlegen, ob man da nicht so eine Luke drinnen lasst, so eine offene. So. Machen wir das gleich. Buja, machen wir das gleich. Wir zeichnen das zumindest gleich mal an. Deckel drauf. Deckel drauf. Vier, vier, herrlich. Vier, vier, herrlich. So. Dann hier ein Glasdeckel. Wunderbar, wunderbar. Dann brauchen wir, was brauchen wir jetzt? Acht Fischlichter. Ich hätte hier oben gerne einen Brettchenständer. Haben wir da Platz irgendwie? Naja, irgendwie, ja. Da da Platz. Wobei, wir können das Glas ja rausnehmen. Oh, Moment. So, und da schon mal irgendwas reinwerfen. Bam. So, zwei Stahlbahnen, Glas und Schrauben. Also eigentlich eh alles. Zwei Stahlbahnen, Glas, Schrauben haben wir keine. Gut. So, das soll das mal drinnen. Fünf Schrauben. Naja. So, rein rein. Super. So, sehr gut. Dann acht Fischlichter. De, de, de. Bevor wir nämlich den Deckel auf die Terrassen, Balkon, oben, drauf geben, brauchen wir acht Fischlichter. Haben wir überhaupt acht? Ich glaube nämlich nicht. Eins, zwei, neun, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wunderbar. So, für acht Fischlichter. Brauchen wir natürlich auch acht Eisenbahn. Hm. Das geht ja noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, eins, zwei, drei, ja. und jetzt aber hier. Gut, mehr Platz ist nicht. Ja, wir können die Kerne weglegen, aber so viel mehr Platz, also relevant, mehr Platz wird es dadurch auch nicht. So, was mache ich da? Wie hoch komme ich mit den Fischlaternen? Platzierbar, Möbel, Beleuchtung, Fisch. So, wenn ich sage, so hoch hätte ich sie gern. Komme ich dann nie wieder dran, oder? Nein, sag ich ja. Ja, 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 ja. Gut, von oben, natürlich. Natürlich. Ich kann das nicht einmal wegmachen. Ja, super. Eine Frage, kommen wir von... Oh, das können wir aber machen. Wo ist denn eigentlich der Wagen? Es gibt keine Wagen mehr. Okay, so, Brädchen, ja. Na klar. So, so, Brädchen, Brädchen. Ah, den. Und den. Hat er sie schon. Hm, schade. So. So. So, wir holen uns mal. Oh. Naja, wer schön haben will, muss auch was tun dafür. So. Wie gesagt, Möbel kommen später. So, wir setzen jetzt den Mike einfach mal auf Mike. Mach mal was anderes außer Gemüse. So, kümmere dich mal um die Holzscheitsständer. Und nach den Holzscheitsständer... Ja, gleich. Um die Wete. Der läuft schon. Vielleicht hat er das eh automatisch jetzt am Plan. Na ja. Alles ist gut. So. So, und von hier müssten wir doch... Aber warum kann ich das da nicht einfüllen von hier aus? Was fehlen da eigentlich? Kopfer. Ja, aber wir haben... Wir haben ja alles andere, haben wir ja dabei. Hm. Ja, Mike. Oh, die Hühner. Geht irgendwie nicht. Okay, ich reiße sie ab. Bestätigen. Ja. So, wir machen es so auf halber Höhe. Gehen es vielleicht auch mehr Licht. So, wir stellen es da drauf. Da ist der Knick. Dann setzen wir es oben drauf am Knick. Platzierbar. Möbel. Beleuchtung. Fischlicht. Oben drauf am Knick. Hier. Ja. Ne. Nein. So. Besser. Dann werden wir da mit Fackeln arbeiten. So. Platzierbar. Möbel. Beleuchtung. Fischlicht. Es fehlt zwei Kopfer. Der ist ja total schief. So. Eins, zwei Kopfer. Eins, zwei Kopfer. Wunderbar. So. Und den bringen wir auch rauf. Ich glaube, das halte ich nicht aus, dass der so schief ist. Dafür läuft denn da. Habt ihr es gesehen? Da stehen sie. Mhm. So. Wobei. Boah, das ist schon wild hoch. Puff hat's gemacht. Und weg. Wahnsinn. So. Dann stelle ich hier noch auf. Wie sagen wir, eine unrunde Anzahl an Fischlicht. Das weiß man auch nicht. Macht aber nix. Möbel. Beleuchtung. Die wäre auch witzig. Hätte ich gerne. So. Fischlicht. Wir setzen hier. Jetzt ist es auf der Platte. Nö. Hier. Und. Ja, da ist es. Und hier. Wunderbar. Und. Wunderbar. Jetzt laufen sie. Gleich kommen sie. So. So. Wir gehen runter. Ich glaube, sie sind nämlich schon auf unserer Seite. Der Base. Vom Fluss. So. Weg. Yeah. Und das Eisen. Auch weg. So. Super. Und läuft. Und läuft. So. Was brauchen wir für da oben? Eigentlich nur mal Holz. Genau. Dann machen wir da oben zu. Deckel drauf. Sehr fein. So soll es auch. Dann. Fertig sein. So. Da kommt das noch. Das räumen wir da ein. Einfach wild drauflegen mal das Holz. Wiege nach oben. Ich werde gleich Schrauben mitnehmen sollen. Na ja. Man kann nicht alles haben. So. Gut. Wo auch immer sie hin sind. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Denn wenn wir so. Na ja. Hoffe ich das wirklich. Nein. Oh mein Gott. Völlig falsch. Steht. Da muss natürlich noch er hier. Jawohl. Da muss natürlich noch er hier. Jawohl. Und da muss auch noch er hier. Jawohl. So soll es sein. So soll es sein. Da gehört nun Holz hinein. Ah super. Wenn wir das drinnen haben. Geht es da drüben auch weiter. Dann haben wir natürlich den hier. Ja ja. Ich weiß. Kartoffelpaste. Oder ein Hut. So. Bäm. Jetzt noch hier. Ja. Und da hängen sie. Freund. Ja. Ich komme gleich. Ich komme gleich. So. Bin schon unterwegs. Die haben lang gebraucht. Nein. Oh. Das klingt so als wäre einer gerade gestorben. So. Bevor wir runter gehen brauchen wir Kartoffelpaste. Salbe. So. Benutzen. 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 Super. Und Runda mit uns. Das klang fies. Wer war das? Nur zwei. Oh. Zwei Elektrik. Wie schön. Da liegt auch keiner rum. Nö. Oh. Nur die Gorka. Hm. Als nächstes Mal könnten sie natürlich die Sachen einfach vor der Tür abstellen. rein in die gute Stube. Ist das jetzt Zwiebelsuppe? Nein. Nur Wasser. Sehr gut. Jetzt habe ich mir gerade überlegt, ob wir irgendwas essen. Nö. Was kostet eigentlich diese Zwiebelpaste? Nö. Das gehört hierher zu Salben. Zwiebelpaste. Kartoffelpaste. Lehmschüssel. Kartoffel. Machen wir das? Ja komm. Wir machen ein paar. Offenbar brauchen wir die öfter. Als wir denken. So. 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 Da sind jetzt viele Zwiebel drin. Das essen wir gleich. So. Schräubchen könnte man auch gleich mitnehmen. So. Durchsimmer. Super. Ach da mal an. Wir hätten die gar nicht mehr auftragen müssen. Die Pasta. So. Lame. 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 1, 2, 3, 4, 5. Ach komm. Wir nehmen eine Reihe mit. 100 Lehm. So. Wir brauchen Pasta. Hier. In hier. Hallo. Ja. Wird an der Werkbank. Lehmschüssel. Okay. Äh. Ähm. Schüssel. Da. Bam. Super. So. Die Elektrik werfen wir weg. Das Alu packen wir da rein. Ach super. Die ganzen Schüsseln. Yeah. So. Jetzt sagen wir. Nein. Jetzt sagen wir das hier. Jetzt regnet es auch noch. Schüsseln. Alle. Bam. So. Den Lame packen wir da wieder rein. Wir haben uns etwas übernommen. So. Dann er hier. Vorteil ist. Wir holen auch gleich die Siegel raus hier. So. Na dann. Alle. Na ja. So viele waren es dann doch nicht, oder? Hm. So. Er hier. Und alle. War es das? Ich denke das war es. So war. 25 Zwiebelpaste. Ja. Kartoffelpaste. So. Salben. Bam. Bam. Medi-Pack-Vantagen. Leere Dosen. Kohle. MRE. Schüsseln. Schüsseln. Ja. Reingeben könnten wir es, wenn wir wollten. Wunderbar. Lass uns ein wenig im Regen stehen, weil wir wollen ja da oben jetzt weitermachen. Wir brauchen Holz. Wir brauchen Brötchen. Holz und Brötchen. Holz und Brötchen. So. Da lasche ich alle mal mit. Und rauf mit uns. Immer die falsche Richtung. So. So. Und hier haben wir zweimal den. Einmal so. Einmal so. Da fahre auch gleich die Brettchen rein. Wunderbar. Da sind die Brettchen drin. Das ist gut. Die stelle ich jetzt weg. Die gefallen mir auf dem Glas überhaupt nicht. Ich stelle es halt da her. So. 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 Brettchen wären ja da. Allein die Holzscheite fehlen noch. So. Dann nehmen wir wieder alle Brettchen mit. Jawohl. So. Unterwagen. Muss nach oben. Der. 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 Die Drehung war richtig. So. Dann einmal er. Und einmal er. eigentlich soll es ja der Mike raufbringen. aber wow. Ich freue mich schon mit den Möbeln. Und wenn wir dann hier alles so aufgestellt, aufgebaut haben. Aber das wird schön. Das wird eine schöne Base. Mein Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Ja, ja. Ja, ja. So. Wunderbar. Jetzt nochmal hier reinschauen. Wir brauchen ja nur noch fünf Schrauben. Okay. Die nehmen wir mit, damit der Deckel komplett zu ist heute. Fünf Schrauben. Okay. So schlimm ist das mit fünf Schrauben nicht. Schräubchen. So. Nehmen wir gleich. Dann machen wir uns neuer. Dann machen wir uns neuer. So. Den lassen wir da stehen. Neue Schräubchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Och. Komm. So wollte ich das gar nicht. So. Er mit alle. Super. Und rauf mit uns. So. Wunderbar. 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 So. Jetzt schen wir die Dinger hier hinten. Ähm. Hier. Ja, weil da vorne den Dinger brauchen wir für was anderes. So. Großer Deckel. Da kommen nämlich zwei so Gartenhütchen rauf. Für die Relax-and-Chill-out-Area. Den Dach-Spa. Den Dach-Spa? Das Dach-Spa? Keine Weißes. So. Wir gehen mal ein Stückchen, damit sich die Ausdauer wenigstens ein bisschen regenerieren kann. Zement hätte man echt auch mitnehmen können schon. So. Dann haben wir den. Und den. Dann ist mal alles nach hinten gestellt. Das ist gut. Dann können wir vorne diese kleinen Hütchen aufbauen. Die natürlich noch weg. Und ihn auch. Habe ich den jetzt richtig gestellt? Ne. Der ist total schief. Jawohl. Und. Bäm. Jawohl. So. Da haben wir alles drinnen. Das passt. Da haben wir den hier. Da haben wir den hier. Örnte und Örnte. Und da machen wir jetzt platzieren. Lager Rädchen. So. Und zwar. Eins, zwei. So. Alles rein. Das war's. Das war's. Einer noch. Super. Dann kann man die da auch rein tun. Wunderbar. Und die fünf Rädchen. Da. Und die fünf Rädchen. Da kommen wir da rein. Super. So. Deckel drauf. Das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich für's Dabeisein. Und. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.